Nein Oh Warum kann man denn hier nicht einfach mal Ich hab was Wir können es schaffen Komm schwimm doch nur Schwimm doch nur wie schnell ist denn die Scheißzone Alter willst du mich verarschen? Da war wieder alles dabei. Spannung, Spaß und Schokoladekasten. Ach man, was muss man jetzt machen? 10 Meter mit Spruch. Ich suche eine Tankstelle. Ja, da wollen wir sowieso hin. Genau. Das sieht heiß aus. Warte Baby, I love you. Oh, ich fliege mal wieder hinterm Bus hinterher. Nice. Wieso bedanke ich mich eigentlich beim Busfahrer, wenn ich ja nicht drin sitze? Ja, ich fahr auf mich hoch. Da steht kein Mensch. Boah, da unten schwebt schon wieder eine Birne, Alter. Und da kommt die nächste. Und sie sind schneller als ich. Boah scheiße, ich muss hier weg. Boah. Boah. Boah, da bist du hier. Boah. Da unten haben sie mir alles weggenommen. Da waren strenger Fritzen am Start. Da müsste ich jetzt höchstens hingehen und alle umlegen. Da können wir ja machen. Ja, los. Wir haben ja jetzt ne Wache erstmal mit 49 Schuss. Gut, eine hab ich. Oh, hier ist der Kumpel. Ja, da ist noch einer. Ja. Oh, ich hab's doch. Das siehst du. Die hatten doch noch nicht. Na doch, Alter, was die hatten. Ach, doch schon? Übel. Na gut, da oben hast du ja so dumme Kisten dort. Haufen. Ja, Gefahr gebannt. Mhm. Easy peasy. Da steh ich besser dran als vorhin. Ey, die hatten ja schon legendäres und episches, Alter. Mhm. Leck mich am Arsch. Alter, bin ich nicht so dumm zum schießen, Alter. Es ist wirklich nicht zum angucken. Das kannst du keinem zeigen. Bei mir wach jetzt 2 cm daneben. Ohne. Das hast du bloß so angezeigt. Aha. Ich hab mich nicht beurteilen, dass du das so gemacht hast. Nee, das glaub ich auch nicht. Weil ich hab gestern, wo ich dir zugeguckt habe, da hast du aufs Wasser geämmt, Alter. Und der hat auch Hits gekriegt. Unten an der Insel. An dem Haus, weißt du. Boah. Deswegen. Das war irgendwie komisch, ja. Ah, okay. Cool. Na dann. Jetzt ist natürlich wieder große Munitionsknappheit. Mhm. 68 für's. 21. Das ist nicht viel. Naja, 76 für's für die MP. Mhm. Hier geht auch die MP. Weißt du das? Heiko Ponsor. Ponsai. Boah, jetzt siehst du. Keine Munition mehr, Alter. Ja, aber er hat doch hier Sachen. Das sollte doch was drin sein. MP Munition. Nehmens Tongewehr. Haben wir alles können. Achso, besuche eine Tankstelle. Ja. Ja, da wollten wir hin. Ja, das ist da. Ist da alles drin. Da nimm die Waffe. Die ist natürlich. Ach no, da wird doch die Schockwellenkanade nehmen. Bei krank, 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 groß, Klatze gibt's Munition immer viel. Kauen wir da hin. Ach, wen gibt das? Das war eigentlich meine. Ach ja, das wär rum. Jetzt haben wir's. Ja, wenn du ein Grün hast, weil ein Blau liegt, ist das jetzt da hin. Wurde ich sagen. Hey, wo bin ich die hin? Die sehe ich gar nicht mehr. Kann ein Kalak, groß, Klatze. Ach, hier innen, ja. Hm. Ich hab mich nicht mal gesehen. Weil Munition gibt's ja immer Reifen. Das stimmt. Nein. Jetzt ist hier da wieder ganz oben. Ja, wir müssen zusehen, dass wir Zeug sammeln. Hm. Auch hier? Hä? Das ist unser Medizindinger überall. Hm. Ginger, warpасть. Ach, das ist unser Medizindinger. Ich hab mich nicht mal gesehen. Das ist unser Smart. Das ist unser Umgegnwasser. Das ist unser Blà. Oh nein, dann ist das kein Blà. Das ist unser Blà. Das ist unser Gegnwasser. Das ist unser Gegnwasser. Oh, wir müssen hin machen, weil die Zone kommt gleich. Oh, raus, 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 raus. Oh, die Zone kommt, ich hör sie. Ja, ich hör sie auch. Oh, 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 oh. Wir gehen dann mal. Keine Munition. Ja, reicht ja erstmal, ich hab 126 Schuss erstmal. Ja, 147, verdankt. Hier unten, was ist denn das hier, so diesig? Hier unten ist unser Auto. Damit müssen wir zur Tanke fahren. Wahrscheinlich werden schon wieder welche, die es weggebombt haben. Ah, scheiße, steht kein Auto da in die Zone. Hier unten ist auch keins, aber wir können uns eins rufen. Aber wir müssen zertanken. Ja, das wär wichtig. Ah, hier ist die Tanke, okay. Es gibt auch mehrere Tankstellen, die ich gerade sehe auf der Map. Ja, spät fühl mich wohl. Die Leute sind mal Kier. Wir machen ja Mut hier eh noch mal. Ja. Hier laufen sie. Wir können uns am Arsch läppen. Wenn wir da sind, können wir wieder aufdanken. Wenn der Zapp soll noch da sind. Oh ja. Ah, sieht so gut aus, ja. Aber hier nehmen wir ein anderes Auto dann, ne? Der ist ja voll. Nein! Nein! Oh! Halt und weg! Geil! Das Auto weg. Ja! Schnell erwähnen und los. Wenn das mit hoch geht, haben wir nichts mehr. Das war hinter deinem Rest. Ja, du warst aber cool, muss ich sagen. Du hast echt gut reagiert, Junge. Du musst ja. Du musst ja. Ich hätte mal dürfen. Ich wissen ja, hier hat er nicht verschuldet. Du musst ja. Das muss ich holen hier. Ich muss ja einfach die Eier holen. Ja. Ich bin schon wieder voll mit 5.000. Ja. Scheiße. Ah, da fuhre ich einen Schildfang gegangen. Wieso? Du bist doch toll. Ja. 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 Okay. Jetzt brauche ich wieder Schildfang, Alter. Jetzt brauche ich wieder Schildfang. Jetzt brauche ich wieder Schildfang. Ich nehme es mal mit. Na, ihr lacht doch. Ich bin noch gefüllt. Naja, genug nicht. Aber sag was. Ja, ja. Achso, hier war ja noch was. Ja. Ja. Wegen ja. Da zaube ich. Geil. Oh. Von wo? Oh. Von wo kam es? Weiß ich noch nicht. Wenn ich das bitte. Los, lass mal ins Auto. Da kommt was. Komm schnell ins Auto. Alles, komm. Wir müssen weg. Wir hauen ab. Das war auch nicht der. Nee. Ich bin dran, wo ich herkam, ey. Ich auch nicht. Sollen die sich erst mal einen Schädel einschießen. Wir müssen erst mal wieder zu Verstand kommen, Alter. Ja. Die Ereignisse haben sich überschlagen. So viele Dinge passiert hier. Ja. In kurzer Zeit. Die Ereignisse überschlagen sich. Aber wie. Du bist noch viel krank. Du brauchst immer sowas. Na ja. Gerade nicht. Gerade bin ich voll. Oh. Gerade nicht. Okay. So. Aber wir sind ein bisschen gerade durch den Wind. Warte mal. Die Markierung leinten wegmachen. So. Na ja. Dann gucken wir mal auf die Mappe. Warte mal. Was müssen wir noch machen? Die Insel erobern. Sagt er. Triff Gebäude bei Grimgate. Wie Treffen. Wie Treffen. Was soll ich denn da Treffen, Alter? Gebäude. Gebäude Treffen. Soll ich hinfahren und sag Hallo, ich bin's? Oder Treffen im Sinne von drauf schießen? Denk mal drauf schießen. Hm. Ein Grimgate ist aber da hinten. Naja, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Irgendwie. Ja. Soll ich. Aus. Treffen. So. Geil. Was hat denn da jetzt geschwappt? So aus, als hätte sonst jemand ein Schild verpasst. Ja. Soll ich. Aus. Treffen. So. Geil. Was hat denn da jetzt geschwappt? So aus, als hätte sonst jemand ein Schild verpasst. Was? Achso, du bist das. Was? Achso, du bist das. Hm. Ich glaub, das hält keine Ahnung. Was soll das bedeuten, Alter? Sag mal, grünes Wasser. So, warte mal. Lass mal hier noch mal gucken. Triff Gebäude bei Grimgate, um ein Essenzglas einzusammeln. Hä? Hä? Äh, äh. Essenzglas, ne rüber. Keine Ahnung. Ich springe mal wieder das Wasser und versuche mal dagegen zu rennen. Vielleicht kriege ich ein Essenzglas. Triff Gebäude, um ein Essenzglas zu bekommen. Was, was wollen denn die von hier? Ne. Ne? Ich verstehe es schon wieder nicht, Alter. Ich auch nicht. Ich höre sie denn nicht treffen. Wie denn? Treffen? Mit was denn? Ja. Ach, das ist halt auch. Hä? Das ist... Oh. Oh. Warum kann man denn hier nicht einfach mal... Mit Kohlen... Mit Treibung. Kann man... Ey, ich hab was. Ich hab's. Ach, hä? Ich hab ja die Kohlenpfanne zerhackt. Da war... Da war Essenzglas drin. Ach, hä? Und die sind immer Kohlenpfannen. Bringt das Essenzglas zu Jules. Oh, na, Jules ist jetzt irgendwie gar nicht mehr so gut zu erreichen. Na ja, dann machen wir uns in die Zone und schießen erst mal auf. So. Wo fahren wir jetzt hin? Mit Hochfahrtslieferung sollen wir... Hä? Ach so, das hatte ich angenommen, weil ich dachte, okay, das zählt vielleicht. Ach, okay. Okay. Nein, dann ist die ja gleich hier. Ja. Da ist sie. Wo ist sie? Ach, jetzt kann man sich das auch mal mitnehmen. Friedes Volk, wenn man hier macht. Ja. Geil. Na wunderbar. Na, hier gucke. Nemesis-Turmgewehr, das Wolfgang. Weil... Wenn das immer mit Skirrfüßer, mit Holo. Ja, das ist gut. Anfass ja gar nicht, das sehe ich nicht. Mhm. So, wo fahren wir jetzt hin? Wir können erst mal hier bleiben, glaube ich. Komm, wir verstecken uns in ihrem Gefisch. Nicht, dass wir uns im Auto sehen. Kurz alle Waffen checken, ob sie gefüllt sind. Sind es da? Da sind nur noch acht Mann. Oh, okay. Und die sollen sich erst mal ein bisschen in die Köppe einschießen. Den Rest machen wir dann. Oh, wo ist die Zone jetzt schon wieder hin? Die geht weg. Krab da. Jan 2 weg. Boah. Oh, ja, ja, ja. Na los, in die Krachen. Los. Ja, wir wollen mal fahren müssen. Mhm. Kommen wir nicht um hinten? Nee. Weißt du Maus keinen Fahrt nach? Wie sind die hinter uns? Okay. Ja, da oben auf dem Berg sind sie. Scheiße. Da vorne. Da oben so rum. Hoffentlich soll ich das nicht. Sprechmann. Wurde in der Blitze gemacht. Hier sind bloß noch acht Mann. Also sechste noch. Nee, hier kommen wir nicht hoch. Können wir hier oben durchfahren? Ja, das sind aber welche. Nee, hier durch die Bude. So, das können wir. Joa. Schmack jetzt. Boah, jetzt ist Sprit an. Oh nee. Oh nee. Da haben wir doch laufen müssen. Gibt es hier noch ein Auto irgendwo? Gibt es hier noch ein Auto irgendwo? Oh, irgendein Fahrzeug muss man hier sehen. Na meistens steht da Renner. Da ist so ein Rennfahrzeug hier draußen. Hier so um die Ecke irgendwie. Nee, geklaut. Da gab es doch einer. Vor uns. Aha. Oh nein, der Toner. Da komm weg. Bleib. Lauf. Rutsch. 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 Einfach. Und schwimmen. 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 Einfach schwimmen. Nein. Komm. Wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Ja. Komm. Schwimm doch nur. Schwimm doch nur. Wie schnell ist denn die Scheiße? Scheißzone, Alter. Willst du mich verarschen? Nee, ich darf er nicht. Doch, das schaffen wir. So, ich bin drin. Oh, gerade so. Ja. Alter. Ey, jetzt brauch ich aber Schild und Heilung, Alter. Ich hätte auch fliegen können, ich Idiot. Nee, aber schwimmen ist schneller. Da oben ist immer einer. Oh Mann. Der ist runtergeklatscht. Das war's. Okay. Der lebt noch. Was? Der lebt noch. Der schwimmt noch. Jetzt ist er geplatzt. Okay. Das sind wieder zwei, ja. Ich muss mal hier in den Busch rein. Scheiße. Wir brauchen noch mal Schild gleich. Boah, da lag so viel gutes Zeug, Alter. Ja. Boah, die Zone hat Auer gemacht, auf alle Fälle. Wir müssen auf alle Fälle in die Zone weiter. Kurz verbinden und weiter hier. Ja. Die kommt mit der raffenartigen Tempo an, Alter. Das habe ich echt unterschätzt, den Scheiß. Ja. Wie schnell die war, Junge. Die war jetzt richtig schnell. Da oben auf dem Berg sind ja alle Bäder. Boden. Oh. Ganz hart. Nein. Gucken. Flicken. Scheiße. Ein getroffen, drei unter drei, niedergestreckt. Mit einem Schuss. Nein, Alter. Boah, ich habe keinen... Ach, ich habe ja Flügel. Ich bin oben. Einer ist tot. Jawoll. Ich brauche Hilfe. Die Knache ist leer. Was? Oh. 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 Mach hin. Nein, ich liege. Scheiße. Blei liegen um. Wo ist er? Bei mir. Ja. Geil. 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 Sieg. Das war wieder eine geile Runde. Alter. Alter. Da war ja alles dabei. Da war ja alles dabei. Spannung, Spaß und Schokolade. Was? Was? Boah. Und was alles passiert ist. Ja. Das war ja alles dabei. Ja. Geil. Boah. Alles wieder. Das war schön. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.